Wenn Sie gerne sportlich fahren, sollten Sie sich diesen Ford aus dem Baujahr 2016 einmal etwas genauer ansehen. Der leistungsstarke Benzinmotor garantiert hervorragende Leistungen. Das Fahrzeuginnere bietet Platz für 4 Personen und ist mit einer Geschwindigkeitsregelanlage, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik ausgestattet. Dieses Auto hat unter anderem auch eine Rückfahrkamera, ESP und Xenon-Scheinwerfer. Neugierig? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt.